News & Beat Let's go Nicht beepen, sondern tweepen Samstagsabend 20 Uhr Yeah Ah Nicht beepen, sondern tweepen Yeah, Samstagsabend 20 Uhr Yeah, 20 Uhr Guten Morgen, liebe Zuschauer Ja, es ist so weit Es kommt mal wieder ein neues Video Und zwar eine sehr nice Challenge Eine Design-Stream-Challenge Ja, ihr merkt ja wahrscheinlich an meinen Thumbnails Ich kann relativ gut designen Mit Photoshop natürlich Naja, mein Banner, den müsste ich auch mal wieder upgraden Er ist auch mal wieder ein Jahr alt Egal Seit ein paar Wochen Habe ich mich auf den Weg gemacht Und habe auf Spieloase ein paar Aufträge angenommen Und zwar Sehr viele Leute wollten von mir einen HD-Skin haben Wie es dazu kam, das erkläre ich euch jetzt Ein Freund, der den Insider-Rang hat Den er auf BRC benötigt Um einen HD-Skin hochzuladen Hat mich gefragt, ob ich designen kann Und vielleicht für ihn einen HD-Skin zeichnen könnte Und habe ich gedacht Ich nehme einfach mal diese Challenge an Wir beide waren sehr zufrieden mit meiner Arbeit Sodass viele Leute ihn gefragt haben Woher er seinen HD-Skin hat Ja, und da kam das Business in Frage Catching Ja, ich habe dann ganz viele Anfragen auf Discord bekommen Und ab dann habe ich auch etwas verlangt Und zwar ein 5 Euro Kosmetik auf BRC Das Ganze lief dann relativ gut Und alle Kunden waren bisher sehr, sehr zufrieden Doch nun bin ich auf eine sehr, sehr gute Challenge-Idee gekommen Ein Kunde hat mich gefragt, ob ich auch einen HD-Skin für seinen Freund machen könnte Aber halt nicht so viel Arbeit hinein investiere Weil ich halt so 5 bis 10 Stunden an einem HD-Skin arbeite Ja, weil der Freund von meinem Kunden den HD-Skin kostenlos haben wollte Ich habe mir gedacht Ja, komm, ich bin mal so ein ehren Mann Und mache das Ganze auch nochmal kostenlos Und habe mir dann vorgenommen In einer Stunde diesen HD-Skin fertig zu designen Ob ich das geschafft habe Das seht ihr jetzt in dieser Timelapse 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 Nach diesen 24 Minuten war ich alles andere als zufrieden Alles lief einfach schief Ich war gar nicht mehr in meinem Zeitplan drin Ich war ja erst bei den Augen Die haben mir überhaupt nicht gefallen Das heißt, die Augen zurücksetzen Und ab dieser fast halben Stunde Muss ich in einer halben Stunde diesen Skin fertig bekommen Ob ich das schaffe Weiter geht's Wenn du so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018